Aber er hier, Kevin Großkreuz, der ist gerade erst auf dem Feld. Die ersten Fallkontakte als Nationalspieler, früher Südtribüne, Borussia Dortmund, ein Jahr Bundesliga, kommt rein, vier, fünfmal den Ball berührt und dann passend aufgelegt. Für die, die er am Fernsehen bewundert hat, der WM 06 für Lukas Modulski. Und Kakao macht sein zweites Tor heute, auffälligster und effektivster Stürmer zugleich. Und so belohnt man sich für große Arbeit, für große Laufwege. Der Mann ist in Topform, elf Tore in den letzten elf Bundesligaspielen und zwei heute.